Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit der Litzke. Hallo! Hallöchen! Wir haben hier eine neue Herausforderung und zwar werden wir hier über verschiedene Sleave Areas, ja, das sind ziemlich viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Stück sind das, werden wir heute zocken. Es gibt ja auch Power-Ups und Superkräfte und so weiter, wer als erstes unten ins Nichts fällt, hat verloren. Der andere Spieler hat logischerweise gewonnen, dann bekommen wir verschiedene Lucky-Blöcke, ja, dürfen uns damit ausrüsten. Dann gibt es am Ende des Battle, lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr mehr Lucky-Block-Episoden sehen möchtet, würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir legen los, Elina, bist du bereit? Let's go! Start, ähm, wo kann man hier starten? Äh, 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 ah, hier! Stopp! Tada! Drei, zwei, eins, go! Oh, ich kann mich, ah, jetzt, ah, ich hab mich selbst runtergehauen! Jawohl! Oh, Elina, ich kann dich jetzt gar nicht runterhauen. Ja. Hä, wie funktioniert denn das jetzt? Oh, ich hab ein Power-Up. Hey, warum hast du ein Power-Up? Ich hab nix, da ist noch ein Power-Up. Ach so, hier, ach so, jetzt verstehe ich das, ich bin doof. Oh, Mensch, oh nein! Power-Up. Ich hab das Heavy-Sort. Oh, du Lacker! Wie kann man so viel Lack haben? Power-Ups. Wie viele Power-Ups es hier gibt. Ach, man kann immer nur eins haben. Hä, wo bist du hin? Oh, oh, komm ich hier hoch? Als ob der ist... Nein! Komm ich hier hoch? Ah, ja, ich hab's geschafft! Niemals. Au! Au! Hey, wie kann das sein, dass du dich hier rettest? Du kannst auch nach Runden schießen, übrigens, ne? Weiß. Oh, Mist. Du bist unsichtbar. Oh, hier, hier, hier. Hey, die Power-Ups sind verschwunden. Hier, ich hab noch ein Power-Up. Ach, ich hab da... Bist du noch... Ah, du bist unten. Hey! Das ist voll gemein, dass du unsichtbar bist. Frostball. Ach, du bist da oben. Oh, ach, du schwebst schon wieder. Dieses Schweben ist voll OP, Alter. Oh, du Lacker, ne? Nein! Ah, mir ist übel, ey. Hey, wie oft kannst du damit schießen? Ja. Zwei! Ah, nein! Alter, du hast mich auf die Grüne geboostet. Oh mein Gott! Das ist geil, wo ich... Alter! Ah, ich krieg dich. Oh, wichtig. Das bin ich endlich mal oben, ey. Yeah! So schnell kann's gehen, Alter. Runde 1 gewonnen, Leute. Revanche! Let's go. Es gibt ja auch die Flower Arena. Oh ja. Machen wir mal Flower. Ach so, hier kann man... Ah, hier kann man das Level wechseln. Oh, guck mal hier. Oh, Ice Cream. Oh, das ist übel cool. Alter, was gibt's noch? Was gibt's noch? Layers? Oh, das ist auch cool. Aber Ice Cream fand ich cooler. Was ist das? Oha. Alter. Okay, sieht auch cool aus. Planeten? Oh, Planeten finde ich cool. Was Planeten machen, oder? Jawoll. Okay, äh, Story, let's go. Nachdem ich souverän das Comeback gestartet hab, Alter. Hätte ich nicht gedacht. Guten Morgen! Hä? Ach so, ich... Wollen Sie mich schon in Ruhe? Sub-Ad... Ach so, ich dachte, Paul. Ah. Ah, Mann. Oh, das ist knapp, Alter. Ah, Mist. Jetzt hast du ein Power-Up. Was kann das Schwert? Was ist der Drückstück? Kannst du mit Leute schlagen und dann... Haha, dachtest du so. Ah, Mist. Ja! Nein! Oh, ich hab dich langsam gemacht. Ha? Ach, du schwebst schon wieder. Das ist übel gemein. Okay, ich hab wieder jemanden langsam gemacht. Ah! Nein! Jawoll! Ey, danke. Ich hab dich direkt mit dem Bogen getroffen. Was haben wir hier? Ah, Frostball. Was kann das Ding? Einen erfrieren wahrscheinlich um dich. Was ist das hier? Ah, ich hab dich, äh... Hörwig, bist du da nicht runtergefallen? Nein, 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 nein. Ha! Unsichtbarkeitsporschen. Lassen Sie mich in Ruhe. Hey, du hast das Power-Up runtergeschossen. Ja, boah, die Unsichtbarkeit bringt mir gar nichts. Ich hab ja Pfeile drinstecken. Du bist durchgefallen, aber wieder. Hä? Was? Ach, doch nicht. Das ist was. Power-Up. Nein! Ja, Mann. Und tschüss. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Nein! Oh, mein Gott. Ich wollte dich ja heute gerade boxen. Das ging nicht. Nein, nein, nein. Was hab ich noch? Ja, Unsichtbarkeitsporschen bringt mir gerade nicht so viel. Äh, oh Mann, du warst mich dauernd übel hier. Also, dass es mir übel ist, meine ich. Heddy, da rauf! Hab ich dich erwischt? Nein, Alter! Ja! Was ist das jetzt hier? Unsichtbarkeitsporschen? Oh, mein Gott, was war das? Du bist so weit und ich seh dich nicht mal mehr. Bist du jetzt auf grau? Wow! Wow, was war das? Was denn? Du hast mich übel hochgeboostet, ey. Ja, das ist mir gerade eben auch passiert. Tschüss. Ha, ha, ha. Oh, Mann. Du musst auch nach oben schießen, die Nina. Ja, aber ich suche die Power-Ups hier gerade. Ach so, ja, das ist gar nicht so blöd. Alter, ich hab drei Frostbell. Go! Oh, ich hab die alle drei an dieselbe Stelle geschmissen. Ich bin ja so blöd. Ah, ich bin da auch noch reingefallen. Ja, ha. Oh, guck mal. Oh, tschüss. Oh, was? Ich hab direkt einen Treffer gemacht. Hey, nochmal. Das ist gar nicht geplant gewesen. Oh, jawohl, Leute. Let's go. Schaffen wir es, wieder eine Etage nach oben zu fliegen? Oh, jo. Übertreibt halt komplett die Lage, Nina. Wuhu! Ich bin wieder weg im Game. Ja, los. Oh, ich hab's geschafft. Jawohl. Als ob du dich jetzt zwei Dinge hochgeboostet hast. Das ist ja übelst illegal, Nina. Nö, wieso? Wieso fragst du da noch? Hey! Wie machst du das? Was für ein Power bist das. Ja, das wusstest du wohl gerne, Ben. Mann, die hör mal auf, mich dauernd langsam zu machen. Hey, das ist ja wohl nicht dein Ernst jetzt, dass du hier komplett wieder nach oben bist. Nein! Ich bin komplett durchgeschallert, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, ja. Noch 50 Sekunden, Nina. Jetzt entscheidet's gleich alles. Hey, das ist voll illegal. Das ist das für ein Alte. Wieso ist das illegal? Ja, es ist nicht illegal. Aber welches... Ich kann das. Ja, aber welches Powerp ist denn das? Ah, das hier. Ja, und ich hab nur so ein Billo-Jampoos. Guck dir das mal an. Ich komm nicht mal hier hoch. Ich krieg hier wieder diese Verarsche, ey. Oh, Mann. Wer höher ist, ne? Wenn Ende ist. Wo bist du? Hey, ich hör dich doch trinken. Nina, wo bist du? Ah! Yeah! Nein! Ja! Nein! Nein! Bam, Alter. Ja, Mann. Aber das war ein hartes Battle, Alter. Mann, oh. Hui, GG. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptpart der Aufnahme. Und zwar haben wir jetzt die Lucky Blöcke. Das ist die Dinas Kiste. Die bekommt hier die Chroma und Zio Craft. Jeweils 10. Ohne Lack. Ja. Wir bekommen hier mit... Also mit, mit Lack. Denn wir haben hier jetzt die Diamantblöcke. Die können wir dazu nutzen, um die Blöcke hier jeweils aufzuwerten. Bam. Das sieht doch schmang, dass du schaust. Okay. Wir legen los. Let's go. Let's go. Piu. Ein Feuerzeug. OP. Wow. Ein Brunnen. Da können wir das Feuerzeug direkt reinschmeißen. Oha, Alter. Das sind irgendwelche neuen Erze. Ach nein, Nina. Warum? Ey, ich büde. Die Steine von hier oben müssen wir natürlich auch holen. Ey. Lass mal gucken. Das sind auf jeden Fall Rubinen, habe ich da schon gesehen. Okay. Lass mal gucken. Jade Onyx. Permut. Amethyst. Alter. Guck mal, wie der aussieht. Rubinen. Saphiren. Stahlbaren. Äh. Bronzebaren. Da guckt euch mal. Wartet mal. Hier. Der sieht ja nice aus. Ey. So. Cool. Nochmal. Äh. Ein Stahlhelm. Dann haben wir hier ein Amethyst-Schwert mit 8 Damage. Ich hoffe, dass ich da noch Besseres kriegen werde. Ja, die brauchen wir eher nicht, Leute. Wir haben mehr als genug Erze, glaube ich. Oh, Idina, was hast du gemacht? Was denn? Ach so, das waren so Köpfe. Das sind ja Standbilder. Ich dachte, du hackst mich jetzt hier gerade oder so. Ja. Deine einzige Chance noch zu gewinnen, ey. Mich zu hacken. Okay, wir haben Ritterrüstung. Und die Zio-Craft Lucky Brustploi. Okay. Zack, zack, zack. Das kann alles nach oben. Was hast du für Sachen? Das sieht mich so gut aus. Ja, aber das ist ja auch... Oha. Banks Godly Brustplatte, Alter. Johohoho. Jetzt habe ich Weißbart. Kein Rot mehr. Ich brauche den passenden Kopf auch noch dazu. Gib mir mal den Godly Helm hier. Chroma Flying Boots. Oh, jo, Alter. Damit kann ich fliegen. Wo bist denn du, Idina? Bin Etage 3. Ja, da, genau. Hallo. Moinsen. Du hast nicht mal eine Hose, Alter. Ja. Doch, jetzt habe ich eine. Okay. Bah. Haben wir... Können wir alles ein, Leute? Hier genug Erze. Dies, das. Zack. Mann, ich habe jetzt genug Erze. Ich brauche eine Waffe, Alter. Ich habe nur 8 Damage. Ich habe noch 5 Blöcke. Da muss jetzt eine Waffe rauskommen. Nein, da kommt doch wieder Erze. Bitte keine, bitte keine, bitte keine. Oh, Dias. 4 noch. Das sind jetzt Warakti, Idina. Aber gut. Ich habe Dias eingesammelt. Oh, was ist das? Tier 3 Granate. Heben wir auf. Ey, weiß ich nicht, was das genau macht. Jawoll. Oh, nein. Ankis Master Pokéball Schwert. Leute. Nice. Okay. Einmal weiter. 2 Blöcke haben wir noch. Erze. Eine Axt nochmal. 11 Damage. Brauchen wir nicht. So. Mir hat dir freundlicherweise schon eine Werkbank gemacht. Wir können ja mal gucken, ob eins der Schwerter hier vielleicht besser ist. 8 Damage? Nee. 8 Damage? Nee. 8 Damage? Die haben alle 8 Damage. Nee, 6. Nee, das bringt leider nichts. Na gut. Wir werden auf jeden Fall eine Backup-Hose benötigen. Das heißt, hier machen wir eine Brustplatte, würde ich sagen. Hier machen wir dann eine Hose. So. Und jetzt haben wir drei übrig. Das ist doch vielleicht nicht so gut gerechnet. Hier und hier. So. Und... Hallo? Ach, gibt keine Schuhe oder was? Hey? Oh je. Oh, bist ja du. Ach doch. Schuhe, okay. Ähm, das können wir hier reintun. Äh, das können wir ja auch hier reintun. Und das machen wir noch hier. Ich würde sagen, eine Hose brauchen wir ja auf jeden Fall, hatten wir gesagt. Und ich denke hier auch noch eine Jade-Hose. Machen wir auch noch. Jetzt haben wir mehr als genug ordentliche Rüstung, Leute. Sehr schön. Willkommen zum Battle. Ja, wir haben uns hier ausgerüstet mit einem Master-Pokéball-Schwert, das wir ganz am Ende noch bekommen haben. Chroma-Schuhe. Bang-Scotli-Brustplatte. Hey, warte mal. Die Rüstung müssen wir hier austauschen. Perlmuth. Das haben wir uns alles gecraftet. Perlmuth-Hose, Jade-Hose, Rubin hier haben wir uns noch gecraftet. Amethyst haben wir uns gecraftet. Die ist das Ananas. Jeder von uns hat drei Leben. Wir beginnen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was ist das denn, Alter? Du hast eine Bratpfanne in der Hand, Edina, mit einem Stiel. Hey, du hast es gleich schwäbisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du es überlebt? Oh nein. Ach, ha, ha. Ich mag dein Ernst. Ja, Flyboots. Oh. Und das war ja ein nices Comeback, Alter. GG 1-0. Wo bist du gespawnt? Ich komm von oben. Pass auf. Wo bist du? Ich mach dich. Fertig. Fertig. Hey, kann ich die unendlich benutzen? Jo, diese abnormal Opel. Oh nein, ich hänge fest. Warte, wieder ich helfe dir. Ich hänge fest. Oh nein, ich hänge auch fest. Hilfe. Hilfe. Aua. Was war das denn? Danke schön. Hey, jetzt hänge ich fest. Oh nein. Ich kann dir aber so schlecht helfen. Hey, ich hänge hier fest. Warte, ich helfe dir. Oh nein, jetzt hänge ich fest. Ich bin freut. Echt? Hey, was ist das denn hier? Elina, siehst du das? Was ist das? Nein, ich seh's nicht. Nee, hier ist so ein übelst krasser Typ, Alter. Der sieht übel heftig aus. Der hat mich direkt besabbert. Keine Ahnung, der sieht heftig aus. Ich weiß nicht, der oben. Ich weiß nicht, was der macht. Sieh mich. Ja, go. Siehst du mich überhaupt? Ich sieh nix. Ich sieh. Hey. Komm her. Ich mach dich fertig. Nimm das. Oh Mann. Oh Mann. Geh mal in die Nähe von dem. Greift der dich an? Warte, ich muss erst mal den finden, den Kollegen hier. Achso, nee, der greift dich nicht an. Wie ist der denn, Alter? Der grünischer Typ. Nee, wie gar nicht. Was, du hast noch OP-Äpfel? Ja, ja. Das ist ein Blaubeer. Okay, Blaubeer. Komm da runter. Was häng ich hier wieder? Aha. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Hier. Das war ja wohl. Krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Hä, wo bin ich hin? Krieg dich. Ah ja. Krieg dich. Oh Mann. Ich glaube, bei der Brustblatt ist es viel zu heftig. Bangs Gott, Brustblatt, ey. Ich hoffe sehr, euch hat die heutige Episode gefallen. Das war ein klarer Sieg. 3 zu 0, Leute. Lasst unbedingt eine positive Bewertung da für mehr Lucky Work. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr zu Team Rot gehören wollt. Dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benzert. Tschö. Ciao.